Ihr Lieben, der Lockdown dauert an, das ist schlimm genug. Ich habe jetzt eine ganz freundliche Nachricht für euch, nämlich eine Vorschau. Am Mittwoch kommt Dr. Katja Unkel, unser Mitglied aus der Schweiz. Sie ist Inhaberin, CEO und Verwaltungsratspräsidentin der Management People AG. Sie ist, wie ihr wisst, Coach und Rednerin und auch Autorin. Und sie weiß eine ganze Menge über Resilienz und über all das, was man mental tun kann, um widerstandsfähiger zu sein. Also, wenn ihr da interessiert seid und an Katja interessiert seid, was ich mir nicht anders vorstellen kann, dann könnt ihr euch noch anmelden und wir alle freuen uns, euch alle wiederzusehen und auf diesen Austausch mit Katja Unkel am Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, bleibt fröhlich und ich sende euch ganz liebe Grüße. Christina, tschüss!